Im Januar 1998 wurde eine kanadische Stadt nach mehreren Winterstürmen von der Außenwelt abgeschnitten. Die Menschen suchten verzweifelt nach einer Möglichkeit, das Rathaus und eine Notunterkunft mit Elektrizität zu versorgen. Da hatte die Bürgermeisterin der Stadt einen genialen Einfall. Eine Diesellok der kanadischen Eisenbahn sollte als Notstromaggregat dienen. Die Lok wurde an einem Bahnübergang von den Gleisen gehoben und fuhr danach aus eigener Kraft die 160 Meter bis zum Rathaus auf der Hauptstraße der Stadt ohne Schienen. Dort versorgte sie eine Woche lang, bis die Stromzufuhr von außen wieder stand, ein ganzes Stadtviertel mit elektrischer Energie. Folgt mir auf YouTube, wenn ihr mehr über diesen kuriosen Fahrfall erfahren wollt. Bis gleich, tschüss, euer Micha.